Der nachfolgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von GIGASET, die Experten für Telefonie, Smartphones und Smart Home. Nachhaltig produziert in Deutschland. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Jannis von Aho Bio. Wir haben nämlich schon einmal gesprochen, das ist schon eine ganze Zeit her. Da war Aho Bio noch ganz am Anfang. Erstmal herzlich willkommen, Jannis. Hi. Jannis, es geht bei euch um lokale Superfoods, Bio, vegan, plastikfrei in der Zwischenzeit. Das ist neu. Aber seitdem wir gesprochen haben, das war, als ihr gerade gestartet hattet mit Aho Bio, da ist ja eine ganze Menge passiert. Ja, richtig. Vor einem Jahr haben wir gegründet und unser Food-Startup ist seitdem echt enorm gewachsen und findet total viel positive Resonanz. Und ja, wir freuen uns total, dass wir jetzt wieder bei dir sein können. Das freut mich auch. Es gibt in der Zwischenzeit, also gestartet habt ihr ja mit Crackern, also Superfood-Cracker aus Ur-Dinkel-Sprossen. Und da gibt es aber jetzt in der Zwischenzeit auch ein paar Sorten noch mehr, also beziehungsweise neue Produkte. Ja, genau. Also wir haben im ersten Jahr, nachdem wir mit unseren drei Sorten Aho Cracker gestartet sind, auch noch zwei Sorten Superfood-Pasta rausgebracht. Da haben wir einmal die glutenfreien Buchweizensprossennudeln und dann auch noch die gekeimten Dinkelnudeln. Wir haben auch uns weiterentwickelt, sodass wir gesagt haben, wir wollen auch Rohstoffe anbieten. Wir hatten viele Leute, die gesagt haben, hey, ihr macht jetzt so tolle Produkte aus deutschen Bio-Zutaten. Dann könnten wir dann vielleicht auch die Sonnenblumenkerne bekommen, die Kürbiskerne, die geschälten Hanfsamen. Und deswegen haben wir jetzt auch eben vier Saaten, alle aus deutscher Bio-Landwirtschaft, wie gesagt, bei uns, wie zum Beispiel die goldenen Leinsamen. Und jetzt ganz neu haben wir ein ganz besonderes Mehl entwickelt, zusammen mit einer traditionsreichen Melzerei in Deutschland. Und das ist ein Mehl aus Urdinkelsprossen, die nämlich so wie beim Bierbrauen quasi gekeimt werden. Bei uns ist das Besondere nur, dass dann eben an dem Moment der Nährstoff-Explosion der Keimprozess gestoppt wird und dann werden diese Urdinkelsprossen bei 42 Grad Luft getrocknet. Und daraus machen wir eben ein Mehl in der Steinmühle. Das sind unsere neuen Produkte. Also das klingt jetzt sehr gesund und sehr gut für den Körper vor allen Dingen. Ja genau, also eigentlich haben wir gesagt, es gibt ganz viele vegane Produkte. Ich selbst lebe seit über zwölf Jahren vegan und kenne die ganzen Ersatzprodukte. Und was es noch nicht so gibt, sind wirklich neue, innovative Produkte, die sich auf die Gesundheit spezialisieren. Und wir haben gesagt, wir wollen wirklich einfach das gesündeste Nahrungsmittel erschaffen, was wir uns vorstellen können. Und deswegen haben wir aus Urdinkelsprossen diesen Cracker gemacht und jetzt eben noch weitere Produkte. Also vegan heißt ja auch nicht unbedingt immer, dass es gesund sein muss. Also so einen fetten Burger, sage ich mal, mit veganer Mayonnaise, das ist jetzt nicht unbedingt gesund. Und ihr geht die andere Schiene, ganz gesunde Geschichten. Und ihr wart ja auch im Fernsehen sehr häufig oder, also ob beim NDR oder in der Höhle der Löwen, RTL war mit dabei, sehe ich hier auf eurer Webseite. Über euch wurde viel berichtet. Das hat natürlich auch, kann ich mir vorstellen, dazu beigetragen, dass viele Leute euch dann kennengelernt haben. Ja, total. Also wir hatten gerade bei dieser Startup-Show Höhle der Löwen eine Reichweite an dem Abend von über zweieinhalb Millionen Menschen. Wir konnten unsere Nachricht von gesunder und nachhaltiger Ernährung eben vor einem Mainstream-Publikum präsentieren. Und das ist ja auch unser Anliegen, dass man das eben in die breite Masse bringt. Und wir freuen uns total, dass immer mehr Medien auf uns da aufmerksam werden wegen dieser spannenden Geschichte und wegen dieses innovativen Produkts, was wir haben, was es ja auch sonst nirgendwo so gibt. Also es gibt einfach nirgendwo Produkte aus Urdinkel-Sprossen, die bei 42 Grad gedörrt sind, ganz natürlich haltbar sind und einfach so einen hohen Nährwert haben. Das ist ja auch ein Riesenaufwand, die herzustellen. Damals, also vor einem Jahr, als wir gesprochen hatten, wart ihr ja eine ganz kleine Manufaktur. Auch das hat sich ja in der Zwischenzeit richtig vergrößert. Ihr habt, wir hatten kurz drüber gesprochen, in der Zwischenzeit elf Mitarbeiter schon. Ja genau, wir haben mittlerweile elf Angestellte und wir brauchen einfach so viele Leute, weil wir alles in Handarbeit machen. Wir produzieren ja selber unsere rohveganen Sprossencracker hier in Dörrgeräten. Das dauert zwei Tage, das Dörren, dann wird das Ganze abgepackt. Das machen wir auch alles selber in den plastikfreien, kompostierbaren Beuteln, die wir haben. Und wir verschicken sogar selber. Also wir machen auch die Logistik selber in Handarbeit mit ökologischem Versandmaterial. Und dann wird das Ganze eben auch immer persönlich beschrieben. Wir haben einfach eine enge Kundenbindung da und das braucht einfach viel Zeit und Liebe. Und deswegen haben wir eben elf Leute, die sich darum kümmern, dass die Pakete dann auch direkt beim Kunden ankommen. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, wenn jetzt also die Produktion so stark gesteigert wurde, gibt es denn überhaupt so viele Sprossen? Ja, das ist natürlich total schwierig. Es ist sogar so, dass es nicht so viel Urgetreide gibt. Normalerweise wird ja einfach ein moderner, gezüchteter Weizen oder auch ein Dinkel genommen. Aber diese Dinkelsorten, die es so im Mainstream gibt, das sind halt einfach so Kreuzungen mit Weizen, die eigentlich dem Weizen viel mehr ähneln. Und was wir nutzen, ist ja der sogenannte Oberkulmer Rotkorn. Das ist wirklich eine Ursorte vom Dinkel. Der hat weniger als 0,01 Prozent Weizeneinkreuzung und das ist eine so alte Sorte, dass die nicht so oft angebaut wird. Und deswegen haben wir jetzt angefangen, auch direkt mit den Landwirten zusammenzuarbeiten. Und wir haben jetzt einen Landwirt gefunden hier aus unserer Region. Das ist uns nämlich ganz wichtig, dass die Transportwege nicht so weit sind. Der für uns Oberkulmer Rotkorn anbaut. Das ist 20 Kilometer entfernt von unserer Firma Aho. Und wir haben eben wie für das Sprossenmehl eine Melzerei gefunden, die für uns nach unserem Verfahren eben aus dem Oberkulmer Rotkorn Sprossen ziehen kann. Und dadurch gehen wir halt natürlich unkonventionelle Wege. Aber es ist uns einfach sehr wichtig, dass wir wirklich dieses Urgetreide benutzen und auch daraus eine Qualität, erzeugen, die es sonst nicht so gibt durch diesen Keimvorgang. Also es könnte aber auch durchaus mal passieren, wenn keine Sprossen da sind, könnt ihr nichts produzieren. Ja, das kann passieren. Und es ist auch oft so, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel die und die Sorte gerade nicht. Das kommunizieren wir dann an die Kunden. Und es ist einfach so, dass wir eine handarbeitliche Firma sind. Es ist immer noch klein gegenüber allen anderen. Andere Firmen machen Massenprodukte, also auch Demeter-Betriebe, die bedienen echt Zehntausende von Menschen und Bio-Läden. Wir machen alles im Direktversand durch unseren Online-Shop bei www.au.bio. Und das ist einfach deswegen eine viel kleinere Menge. Und es kann immer mal sein. Und wir schreiben dann aber, okay, in vier Wochen gibt es das wieder. Oder es gibt noch tausend Packungen. Und ja, so ist das halt. Klein, aber fein. Wollte gerade sagen, also ihr produziert zwar mehr als noch vor einem Jahr, also deutlich mehr. Aber es ist immer noch keine Massenproduktion, wenn ich auch so überlege, an Firmen wie, du hast Demeter genannt, also wie Bioland zum Beispiel. Die sind ja in allen Lidl-Geschäften in Deutschland vertreten. Das ist ja dann trotz Bio eine richtige Massenproduktion. Total, ja. Und da muss man dann auch immer überlegen, was ist wirklich Bio. Wir haben zum Beispiel unsere Sommelungkernen, unsere Goldeneinsamen, unsere geschälten Hanfsamen, unsere Kürbiskerne. Die kommen aus deutscher Biolandwirtschaft. Und das ist natürlich immer was ganz Besonderes, weil die meisten Betriebe, die verarbeiten Produkte, Bioprodukte, die aber aus China kommen. In jedem Supermarkt, auch in jedem Bioladen, wenn man Leinsamen einkauft, dann kommen die aus Kasachstan oder China, die sind in Plastik. Das sind halt Unterschiede. Und wir achten da wirklich drauf, dass wir regionale Bauern nehmen, die für uns das anbauen. Und da ist die Qualität ganz anders. Zum Beispiel das Feld, wo unsere goldenen Leinsamen wachsen, da dürfen Wildkräuter zwischendrin wachsen. Da wird nicht gespritzt, auch nicht das bisschen, was erlaubt ist bei Bio. Und das kann man natürlich von China-Ware nicht unbedingt behaupten. Das ist natürlich bio-zertifiziert, aber das ist eine riesen, riesen Monokultur. Und wir wollen wirklich sagen, okay, wir möchten nachhaltig wirtschaften. Und deswegen ist es uns auch wichtig, regionale Kleinbauern zu unterstützen, die hier aus der Region kommen. Das ist ein ganz toller Ansatz, eine ganz tolle Idee. Und ihr seid ja auch sehr erfolgreich mit dieser Idee geworden. Das ist ja dann auch eine schöne Belohnung, oder? Ja, das freut uns total. Wir wussten das selber gar nicht unbedingt, weil wir haben einfach gemacht, wo wir hinterstehen können. Wir haben alle unsere Jobs gekündigt und gesagt, wir gründen jetzt ein Startup, wo wir 100 Prozent hinter den Werten stehen können. Wie gesagt, ich bin seit über zwölf Jahren vegan und mir sind auch andere Aspekte ganz wichtig, wie, dass wirklich plastikfrei eingekauft wird, aber die Möglichkeiten gibt es halt nicht. Und wir sind halt stolz darauf, dass wir jetzt eine Möglichkeit erschaffen haben, wo wirklich alles von vorne bis hinten stimmt, wo es bio, vegan, plastikfrei ist, wo für jede verkaufte Packung ein Baum gepflanzt wird. Und wo auch noch viele andere Sachen im Hintergrund sind, wie diese Regionalität. Und ja, es ist total unglaublich, dass der Zeitgeist jetzt zehn Jahre später so ist, dass die Leute verstehen, was dahinter steckt. Und besonders auch viele Leute, die sonst mit dem Thema vegan nicht so viel zu tun hatten, bei uns bestellen und sagen, wir unterstützen das sehr gerne, weil wir eben was Nachhaltiges für unsere Erde damit machen. Eine wunderbare Idee. Ich möchte noch mal ganz kurz zum Abschluss auf das Mehl zurückkommen. Also, dass Sprossen gesund sind, das wissen wir ja, das hört man ja auch oft. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich mit diesem Mehl backe, kann ich das so ganz normal verwenden? Also wie, ich sage das mal, wie normales Dinkelmehl, was ich im Supermarkt kaufe? Ja, also das Arosprossenmehl ist sowas zwischen Weißmehl und Vollkornmehl von einer Backeigenschaft. Das ist natürlich ganz toll, weil normalerweise sind Rezepte ja immer mit Weißmehl und viele Leute verzichten heutzutage ja auf Weißmehl, weil dort nicht viele Vitamine enthalten sind, weil die Mineralien fehlen. Deswegen gehen sie halt auf Vollkorn. Und beim Vollkorn ist das Problem wirklich gesundheitlich gesehen, da sind zwar die Vitamine und Mineralien drin, aber gleichzeitig sind auch Antinährstoffe drin, wie die Phytinsäure. Und die Phytinsäure ist wieder demineralisierend, die bindet nämlich Nährstoffe. Das ist quasi so ein Nährstoffräuber. Das ist ein Fraßschutz, damit nicht sofort das Korn wieder aufgegessen wird von Insekten, sondern im nächsten Jahr auch wachsen kann. Diesen Fraßschutz, den eliminiert man nur durch den Keimprozess, durch das Einweichen in Wasser, wo Enzyme aktiviert werden, wie die Phytase. In dem Moment gehen dann diese Antinährstoffe runter und die Nährstoffe, zum Beispiel die B-Vitamine, sehr stark hoch. Was aber auch noch passiert, und das ist total toll für die Backeigenschaft, ist, dass das Korn quasi aufgeschlossen wird. Und durch dieses Aufschließen und das anschließende Vermahlen in der Steinmühle hat man eine viel sanftere, weichere Konsistenz, die so ein bisschen süßlich ist, weil die Stärke in leichter, verdaubare Zweifachzucker abgebaut wird. Und deswegen ähnelt das Hohesprossenmehl von der Backeigenschaft mehr dem Weißmehl und ist nicht ganz so schwierig zu benutzen wie Vollkornmehl. Also eine tolle Alternative. Bei Vollkornmehl hat man auch immer das Problem, also wenn es für manche ein Problem ist, dass der Kuchen dann ja auch immer ein bisschen dunkler wird, wenn es um Kuchen geht zum Beispiel. Ja, das ist bei Sprossenmehl tatsächlich nicht so. Das sieht relativ weiß aus, dieses Mehl aus Oberkollmer Rotkornsprossen. Also eine ganz tolle Geschichte gibt es bei euch auch im Shop zu kaufen, aho.bio. Da kommt man auf eure Webseite und ja, da findet man auch alle eure Produkte. Janis, vielen herzlichen Dank für diese Information. Dann haben wir wieder ein tolles Update. Plant ihr trotz allem also was Neues, also neue Produkte? Ihr habt ja jetzt eine ganze Menge, aber ist irgendwas in Planung? Ja, wir arbeiten gerade daran, ein Granola, ein Crunchy Granola aus Buchweizensprossen zu entwickeln. Wir warten allerdings noch auf die Ernte, die ist im September. Wir haben nämlich mit dem Hanfbauern aus der Region einen Deal gemacht, dass der für uns dieses Knöterechtgewächs Buchweizen anbaut und dann können wir daraus Frischsprossen machen und wollen dann eben aus diesem gekeimten Buchweizen ein Crunchy Granolamüsli entwickeln. Also auch komplett glutenfrei, weil ja Buchweizen. Tolle Geschichte. Ich würde sagen, spätestens dann hören wir nochmal, wie das funktioniert und wie das läuft. Ja, sehr gerne. Es hat mich gefreut. Es hat mich auch gefreut. Vielen herzlichen Dank. Weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Danke, Janis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Nachhaltig produziert in Deutschland.